Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei CryptoKey und zum ersten Update-Video nach dem Bot-Launch. Und Leute, es ist mega genial. Heute ist auch die erste Position endlich aufgegangen. Gestern war es ein bisschen problematisch. Ich komme aber gleich im Detail dazu, also nicht problematisch. Es gab kein Minus, nein, wir haben einfach nur zwei Positionen versäumt, weil TradingView und Bybit, ihr habt das eh auch in die Community-Gruppe geschrieben, einfach ein Verbindungsproblem hatten. Der Chart konnte nicht gelesen werden und, und, und. Aber alles halb so schlimm. Heute Trade aufgegangen, vier Tech-Profits geholdet. Schauen wir mal mit dem Restbetrag, was noch drinnen ist, wie es weitergeht. Genau. Was schauen wir uns aber an? Die Bot-Ergebnisse von Januar diesen Jahres. Jetzt sind sie nämlich abgeschlossen, wir haben den 1. Februar. Ich werde das auch in Zukunft immer wieder aktualisieren. Das wäre mal das Erste. Wie viele Coins traden wir jetzt aktuell unter Wehauen? Also schießen wir auch in die Premium-Signalgruppe. Nochmal der Unterschied Premium-Signalgruppe zur Gratis-Signalgruppe. Erkläre ich ganz kurz. Genau. Und dann schauen wir uns noch den Bot an, was BitGat angeht. Ja, die Anbindung zur Bybit steht, ja, funktioniert auch alles. Wir traden, also wir machen Test-Trades mit jedem Einzelnen nochmal, immer wenn da neu angebunden ist, ob auch alles funktioniert, ob alles passt. Der kann dann zuschauen, wer einfach Position aufgeht und wieder geschlossen wird auf seinem Smartphone oder am Chart, dass wir wissen, okay, das ist auch einwandfrei, funktioniert einwandfrei. Und dann wissen wir, das kann auch so losgehen, dass alle gemeinsam eröffnet werden. Okay. Dann schauen wir uns das aber an, was BitGat angeht. BitGat, eine gute Nachricht für euch. Da habe ich natürlich für euch wieder was rausgeholt. Da habe ich wieder was machen können, damit ich sage, ihr habt einen Vorteil danach. Aber es wird nicht nur das sein. Ich werde auch noch schauen, was wir für eine Spezial-Promo vielleicht bekommen, für Leute, die sich dann neu registrieren und eben noch etwas dazu. Kommen wir gleich dazu. Es ist nur ein klein bisschen Verzögerung, was die Anbindung angeht. Keine Sorge, was die Aktion für den Membership angeht, die 65 Euro für das erste Monat. Macht euch keine Sorgen. Ich schaue natürlich, dass die Community das auch, nicht schaue, ich sorge dafür, dass die Community das auch hat, auch wenn der BitGat-Bot erst später angebunden werden kann. Das heißt, wir werden diese Aktion entweder verlängern oder dann einfach neu ausführen, wenn das alles ready ist. Wir haben aktuell schon Zugriff darauf, wir können das schon testen, aber da kommen wir gleich dazu. Kommen wir ganz kurz zu den Ergebnissen, bevor wir die anderen Punkte durchgehen. Wird sehr, sehr spannend, was die Ergebnisse angeht. Auf der Trading-Seite, nämlich auf Alvalon Trading, wenn man auf Premium-Mitgliedschaft oben klickt, dann einfach hinunterscrollt ganz nach unten oder fast ganz nach unten. Nach den Preisen habt ihr hier dann die aktuellen Ergebnisse von Januar. Hier noch einmal das Beispielkonto. 10.000 US-Tether wurden jetzt im Januar 3.453 US-Tether Gewinn gemacht. Die US-Tether sind jetzt gar nicht so von Wert bei einer Trade zum Beispiel mit 1.000, der andere mit 50.000 und, und, und. Es geht eigentlich um die Prozent. Wir haben aktuell 35,5% abgeschlossene Trades, die sind wirklich schon in der Tasche. Aber im FTM-Trade sind nach wie vor noch etwas mehr als 1.000 US-Tether. Das heißt, weitere 10% für diesen 10.000 US-Tether-Account. Aber wir rechnen da jetzt 10% dazu. Das heißt, wenn wir den jetzt schließen würden, hätten wir 45,5% im Monat Februar gemacht. Das ist natürlich unglaublich. Für diesen Monat ist natürlich auch ein bisschen zu verdanken, dass wir diesen großen Anstieg hatten. Diesen riesengroßen Anstieg, wo wir in manchen Trades, vor allem FTM, einiges mitnehmen konnten. GMT war da auch ganz gut. Matic war nicht schlecht. Aber auch Atom, muss ich sagen, und das ist unser volatilster Coin, der hat hier nicht schlecht performt. Damit wir das jetzt vielleicht anschauen, damit ich sage, hey, ich habe ja gesagt, wir haben Trades versäumt. Ihr seht hier, Atom steht hier mit 655 US-Tether, beziehungsweise 6,5% und hier haben wir Atom mit 7,7%, 7,07%. Ich habe den gestrigen Trade, der nicht dabei war, abgezogen. Genauso habe ich es auch gemacht bei GMT. Ihr seht hier, GMT steht oben mit 1000 und wenn ich hier auf GMT gehe oder 10% sind es hier 12,2%. Ich habe das abgezogen, was hier nicht dabei ist, plus die zweimal Break-Even, was wir circa darin waren, wo wir Stop-Loss auf Break-Even gesetzt haben und der da mit hineingekommen ist. Ich habe das jetzt grob plus minus mit 1000 gerechnet und haben wir das eben erreicht. Aber alles in allen, ich sehe, die Atom 6,5%, FTM 8,49%, GMT 10, Ethereum 3,62%, Matic 5,29%. Was man jetzt nicht verwechseln darf, es klingt vielleicht für einen Trade nicht viel, nein. Ihr dürft nicht vergessen, dass wir das Portfolio erweitert haben. Wir sprechen hier nicht von dem Trade in Profite gemacht, sondern das Portfolio erweitert haben. Ihr müsst euch ja vorstellen, von einem 10.000 Dollar Portfolio werden pro Trade immer nur 7,5% genommen, das heißt 750 Dollar und für diese Trades jeweils mit 750 Dollar und 6x Hebel sind aktuell 35%, also 3.453 Dollar rausgekommen. Weitere 1.000 stehen noch, eigentlich nur um abgeholt zu werden. Und das ist echt eine gute Performance, das vor allem vollautomatisiert, dass man nicht schauen braucht. Das wäre mal das Erste. Dann gehen wir weiter, schauen wir ganz kurz in die FTM. Ich möchte euch das natürlich auch noch zeigen, auch beweisen. Ihr habt es ja auch gesehen, in der Gruppe heute habe ich das gepostet mit den 400%. Wir haben hier den FTM-Trade, ihr seht hier alle Tech Profits abgeholt und nachher, wir sind jetzt aktuell eben noch immer hier oben. Wir können auch nicht mehr ins Minus geraten und ihr seht hier der letzte Off-On-A-Trade, was noch offen ist, aktuell mit 1.045 US-Tether, 56%, 56% aber ohne Hebel. Wir rechnen 56% mal 6x, sind 336% aktuell im Profit, circa. Aber die Summe hier ist schon mit 6x gerechnet. So haben wir das alles eingegeben, damit das schon die 6x-Summe ist. Dass ihr das eben auch noch seht. Was möchte ich euch jetzt noch zeigen? Kurz den Vergleich der Signalgruppe, beziehungsweise wie die Premium-Signalgruppe für 39 Dollar aussieht und Unterschied für die Free-Signalgruppe. Was wird denn zukünftig sein? So wie es hier steht, immer wieder ein Trade-Management mit hineingegeben bei der Premium-Signalgruppe. Wenn wir sehen, es ist vielleicht dann ein bisschen zu überverkauft, es könnte ein bisschen ein Problem sein, wir gehen schlafen und und und, wir wollen nicht weiter Minus machen. Haben wir gesagt, wir nehmen von der letzten Position, was noch über ist, weitere 50% hinaus und lassen unseren Trailing-Stop-Loss einfach laufen. Grund ist, dass wir da ein bisschen überverkauft haben, wir haben aber 3 Tech-Profits genommen, fertig. GMT habe ich auch gewarnt, GMT war noch eine Zeit lang sidewards, bevor er dann wirklich mit einer massiven Candle nach unten gegangen ist, das muss ich auch sagen. Aber das sind eben so diese Dinge drin. Aktuell steht hier, wir haben eine Liste reingeben, was jetzt reinkommt. Und es kommen jetzt auch laufend dann neue Signale, was hier hineinkommt. Für alle, die zu wenig noch bekommen haben, Leute, da kommen jetzt dann. Wir haben neue Coins aktiviert und es werden noch einiges mehr, damit ihr da den Unterschied mal seht. Kommen wir aber jetzt ganz kurz zum Avalon-Member. Es gibt den Avalon-Member-Premium-Kanal, wo alle Infos geteilt werden, wo wir sagen, hey, das und das ist gerade aktuell, so und so sieht es aus. Das ist einfach nur das Info und wir haben einen richtig geilen Avalon-Member-Kanal, wo die Leute eben, die dabei sind, eben mit hineinkönnen. Da wird halt ein bisschen gesprochen, hey, wir haben Take-Profit erreicht, das, Indikator-Settings, was die Leute sich gegenseitig machen, damit das eben so hineinkommt. Also richtig, richtig genial. Vielen Dank nochmal, dass Sie alle so aktiv sind und so richtig genial auch unterwegs sind. Wir sehen hier alle vier Take-Profits erreicht von dem Trade von heute. Leute haben sich natürlich alle gefreut, erster Trade in Aufgang, gleich Profite. Bleibt natürlich vielleicht nicht immer so, also auch einmal mit einem Minus-Trade bitte rechnen. Kommen wir aber jetzt zum Bot und BitGet. Die wichtige Sache, was BitGet angeht, sehr, sehr genial, was ich hier für euch habe dann. Aber vorab einmal, BitGet ist bereits aktiv. In der Hinsicht aktiv, dass wir das, wir für uns jetzt mit zwei, drei Accounts auf jeden Fall schon traden können, alles vollautomatisiert machen können. Ist eh gut so, damit wir das alles auch ein bisschen selbst testen. Was wir noch nicht können, das wahrscheinlich noch jetzt circa zwei Wochen brauchen wird, vielleicht sogar ein bisschen weniger, ist einfach, Sie machen diesen Massentest als Gruppentrading. Im Hintergrund, Sie haben gesagt, das müssen Sie machen. Weil das, was wir machen, man muss sich ja vorstellen, da gehen jetzt 51 Trades automatisiert in der Gruppe hinaus. Die werden an jeden Account gesendet, mehr oder weniger. Aber 51 Trades sind jetzt noch nicht das Schlimme. Man muss jetzt vorstellen, es werden jeweils vier Take-Profit-Trades dazu gesendet, zeitgleich. Und ein Stop-Loss wird nochmal dazu gesetzt. Das heißt, wir haben hier eben sechsmal die 51. Das ist schon eine große Summe. Ich muss kurz schauen, weil mir hat gerade geschrieben, mein Kumpel, was die Gruppe gesamt an Profit gemacht hat. Unglaublich heute. Möchte ich die Zahlen gar nicht nennen. Auf jeden Fall gehen rund bei 50 Members jetzt circa rund 300 Trades hinaus, die auf einmal verarbeitet werden müssen. Und das ist das, was die gerade testen, natürlich noch in größerer Menge. Weil wenn da vielleicht ein, 200, 300 Leute sind, dann muss das natürlich funktionieren. Das wird eben gerade noch getestet und mögliche Bugs werden hier eben entfernt. Deswegen hier noch geduldig sein. Und deswegen aber auch, das mit der Aktion wird für jeden Einzelnen noch weiterlaufen, bis das dann so weiter ist. Vielleicht nicht weiter, das schauen wir mal. Aber auf jeden Fall wird es aktiviert, notfalls wieder neu aktiviert für die Leute, die sagen, hey, sie wollen dann gerne BitCat traden. Dann wäre ich die Aktion nochmal für 65 Euro das erste Monat. Also nochmal hinaushauen. Viele machen das so, die nehmen sich das erste Monat für 65 und nehmen sich dann das 3- oder 6-Monats-Abo. Vollkommen normal, ist auch nichts Schlimmes oder so. Kann man ruhig machen. Genau, dass ihr da Bescheid wisst, war es aber jetzt eine kleine Überraschung, das mit sich zu lang wird. Ich werde natürlich wieder mit BitCat sprechen, eine extra Promo für den Ersteinzahlungsbonus rausnehmen. Wir schauen einmal, was es jetzt aktuell dann ist. Aber, und das wird für jeden Premium-Member die Möglichkeit geben, aber auch für die Premium-Signalgruppe, die es traden wollen, dass es einen Link gibt, einen speziellen Link, wenn sich die Leute darüber dann anmelden, dass sie, ich glaube, das funktioniert dann auch alles über Cashback, was ich jetzt so besprochen habe, dass von den Gebühren ein Teil als Cashback aufs Konto zurückkommt. Das heißt, ihr zahlt normalerweise die Trading-Fees und von den Trading-Fees bekommt ihr aber dann einen Teil, der Affiliate-Link, wo ihr euch anmeldet natürlich über uns, bekommt einen Teil und der andere Teil geht zu euch, zu guten aufs Konto als Cashback oder als zusätzlichen Rabatt. Ihr habt ja schon 10% Rabatt auf die Trading-Gebühren, aber dass ihr hier Cashback bekommt oder eben nochmal 10, 20% zusätzlich. Weil gerade so Cashback ist natürlich auch geil, wenn immer wieder noch was Neues reinkommt pro Trade und auf die Dauer gesehen spart man sich hier dann natürlich einiges. Das wollte ich euch noch mitteilen. Ich gebe euch natürlich auch jeden Einzelnen noch Bescheid in den Gruppen, wie, was, wann, wo, wenn das steht. Und bis dahin sage ich einfach mal, liken, teilen und eh nicht vergessen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.